Ich habe mir diese Fahrradtasche beim Mivelo bestellt. Das Beste ist, dass die Tasche wasserfest ist. Außerdem lässt sie sich super einfach in meinem Fahrradgepäckträger befestigen. Und ich kann sie gleichzeitig als Umhängetasche nutzen. Die Tasche ist auch super praktisch für die Arbeit, denn sie hat eine integrierte Laptop-Tasche. Sie hat außerdem ein extra großes Frontfach für die wichtigen Dinge. Außerdem bietet die Tasche super viel Verstauraum und es passt einfach alles rein, was ich brauche. Die Tasche ist einfach perfekt für lange Fahrradtouren oder auch einfach nur den kurzen Weg zur Arbeit. Ich schaue jetzt beim Mivelo vorbei.